Guten Tag, Freunde! Ich bin Irina Czerulnikova. Wir beginnen neue Video-Urokungen. Prokacke Audition. Niemalske Podcasts mit перевodem A2B1. Heute wir den Podcast über die Themen Mehr Geld für Rentner. Mehr Geld für Rentner. Die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland sollen mehr Geld bekommen. Die Renten sollen in den nächsten zwei Jahren insgesamt um 10% steigen. Die Unternehmen sind gegen die Pläne. Sie meinen, die Arbeitskosten werden dann noch teurer. Die Unternehmen sagen auch, die jungen Menschen sollen nicht noch mehr Geld für die Rentenversicherung zahlen. Die Rentenversicherung plant, Im nächsten Jahr soll die Rente in Westdeutschland um 5,2% und in Ostdeutschland um 5,9% steigen. Im Jahr 2023 soll es noch einmal eine ähnliche Steigerung geben. Ein Beispiel. Jemand hat eine Rente von 1.000 Euro im Monat. Im nächsten Jahr würde er ungefähr 50 Euro mehr bekommen. Also 1.050 Euro im Monat. Ein Jahr später wären es ungefähr 1.100 Euro. So stark sind die Renten seit 40 Jahren nicht erhöht worden. In den Jahren danach sollen die Renten wieder weniger steigen. Die Rentenversicherung sind für 40 Jahre alt. In den nächsten Jahren werden sie wieder öffnen. In den nächsten Jahren werden sie wieder öffnen. Wenn es das Video für euch gefallen hat, dann bitte like. Und dann bitte mir in den Kommentaren, wie es Ihnen so ein Format von Ihnen gefallen hat. Und wenn es Ihnen so ein Format von Ihnen gibt, oder es Ihnen so einfach zu sehen, wenn es in den Rutschland verwendet ist. Alles Gute und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.